Will das nicht Destroy? Ach Scheiße, jetzt habe ich Tabak und Ausstiegbächer gemacht. Nein! Geil, jetzt ist wenigstens vorbei. Oh! Exo! Das wird ein Battle zwischen mir und Kaep. Kaep, untersteh dich! Challenge accepted. Nein, du bist nicht Erster. Elf, hol! Elf! Elf! Jetzt bin ich motiviert. Uff! Ach, jetzt tot! Was rutscht denn du mir darin ein? Aber so doof! Nein, nein, ich seh dich, nein! Nein! Weil der mich doch wegdrängt, der Spacko! Ich hab gesagt, ich hab nein Geld! Ah, ohne den Scheißgegner hätte ich es gewartet. Ich hab gesagt, nein! Ich hab gesagt, nein! Ui! Ja, du musst dann zu diesen Typen hingehen, wo die Aufgaben, ähm, bekommen hast. Und auch bei der Poststelle schicken wir es manchmal hin. Ich hab noch nie gehört. Ich hab noch nie gehört. Ich hab noch nie gehört. Ich springe hier da drüber, da lassen wir uns runterfallen. Oh, ich hab noch nie gehört. Ich hab noch nie gehört, da. Ich hab noch nie gehört. Guck mal. Ok Ne dann Aua Du hast bestimmt, wie haben wir die Gambit? Dann musst du den Typen unten nehmen Haha Ja, natürlich Das ist PvP Dreckhund, Alter Dreckhund vor dir rein Sind die stehen geblieben, oder was? Da waren drei vor mir Nein, hier Ja Ich hab neul 30 Punkte geholt Keine Antwort die gemacht haben Der ist stehen geblieben Ja, fast ja, das ist gut gelaufen Ist jetzt ja Wo ist er dann? Wie ist denn da hochkommt? Alex guck mal Also, der heißt Alex Alex Alex, er steht da, hä? Wie ist denn da hoch? Oh, oh, da ist ein PC-Spieler Kann der da hoch? Ja, so hoch kann er aber nicht springen Nee Und da ist der mit dem Hammer darüber geflogen Ne, das kann ja auch nicht gehen Ja, der kann ja gar nicht gehen Der flieht ja Richtung Ziel dann Ist der noch drin? Wie hat er das gestoppt? Ich glaub der ist raus Ich glaub der ist raus Der ist gefriedet Ja, PC und so kann man nicht hoch Also das muss Also das so hat komisch ausgesehen jetzt Aber es ist erstmal jemand gesehen da drüber war Ja, gut Ja, grüß den Okay, es geführend Da kannst du nicht gehen Ja, nie Na, da hab ich auch mal Alex gesehen da entschieden können Ja, da hieß nur Alex aber es war eine Erde, aber die scheint nicht mehr da zu sonnen ja, dann ist er wahrscheinlich raus doch, der Alex war nur noch drin, das ist rausgefallen gerade nee, hau ab man, hau ab, man nee, das ist doch schön ja, was macht ihr denn? was war das für ein Winker? wo steht das so rausfällt? irgendwo zum Abschied? oh, das könnte noch gehen so, Punkte waren so jawoll also boah ich muss noch einen nach oben und dann muss ich was boah ich muss noch einen nach oben und dann muss ich was endlich auch nicht so eben was war das denn, eine Rakete? als hätte jemand eine Rakete abgeschossen was als wäre eine Rakete weggeflohen ho okay okay Was ist das denn Krippel, Alter? Nein! Ich wusste, es ist einer von uns fällt. Doch. Der komisch mit der Kronendruck greift andauernd. Ich hab's ja gehackt. Ja, bei mir. Na gut, haut ab. Jemand hinter mir? Nö. Ja, so wie ich's bei dir gemacht habe, Alter, alle Platten weggekommen. Aus Versehen. Spacko, Alter. Hi. Konnte ich auch immer mit mich greifen. Mongu. Oh. Arsch. Oh, bitte jetzt krieg ich Punktprobe oder sowas. In München ist zwei Greifer dran. Ja, aber dieser Switch-Spieler da ist ein Cheater. Äh, Greifer. Cheater. Ja. Voll mit our Switch. Oh nöööööööööö. Also prinzipiell feier ich die Map, aber mit... Oh, Greifer! Ich würde schon mal Cheaters haben. Naja... Noch ein bisschen einfacher für die... Nicht schon okay. Ohne Wendy? Ja, die zwei da hin, die komisch halt blau da... Ich wünsche ihr allen eine gute Nacht. Gute Nacht. Oh, ist los Steppen. Ja. Odee. Boah, jetzt kommt er hierher. Naja... Dein Winkel habe ich gar nichts. Oh. Mach das blaue weg. Hohl. Jawohl. Nein! Boah, drei Gegner weg. Nein! Nein! So einer bist du, ja? Ach, so einer ist er also. Ja. Tschüss. Hahaha. Oh, geil mir. Guck mal. Ah, nee. Guck mal. Tschüss. Hahaha. Oh my god, ja. Ah. O Minute! O, okay. O, oh, o! O, oh, ho! O, oh! O, okay. Dortação. Vielen Dank.